Was willst du, Kleiner? Es geht um meinen Dad. Sie sollen ihm wehtun. Es ist eine Sünde, das weißt du. Ich weiß, man sagt, bevor sie Prediger wurden, haben sie Dinge getan. Und wir hatten nämlich ihn ran. Wie weit soll ich gehen? Das Problem ist, dass dein Vater ein starker Mann ist. Er wird sich wehren. Alles wird eskalieren, soll life, dass diese Dinge eskalieren. Gewalt fährt zu weiterer Gewalt und bringt im Grunde gar nichts. Prediger, es reicht. Bin gleich soweit, Sheriff. Das willst du, Kleiner? Alter, was für eine Art von Prediger bist du denn? Non Nee, da war ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020